hallo 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 zu einem neuen auto fritz video und heute habe ich mal etwas aus meinem lustigen ordner das hier ist nicht meine handschrift aber das ist etwas um kleine kleine nette geschenke bei einem anlass zu verschenken sei es geburtstag namenstag mutter vater tag oma tag ober tag wer weiß das schon was es alles gibt und das lese ich dir jetzt vor und ich versuche mal immer wenn ich den finger hebe bei dem wort dann weißt du was du verschenkst also liebst geburtstagskind oder was auch immer da ist ja nie ein pfennig zum glück fehlt dass du immer den nagel auf den kopf trist dass dir alles durch die blume gesagt wird oder dass du alles durch die blume sagst dass dir immer rechtzeitig ein licht aufgeht über eine kerze können wir schenken dass du immer gute mine zum bösen spiel machst mine foto von dir dass du nie ein blatt vor den mund nimmst dass dir immer rechtzeitig der groschen feld dass du erst mit 111 jahren ins gras bei ist also gras roschen m das kennt vielleicht nicht mehr jeder früher war das in 10 pfennig stück heute kann man auch sagen okay in 10 cent stück könnte man als groschen verwenden okay das war ein kurzes video ich hoffe es hat dir gefallen ich werde gleich noch ein anderes video drehen nämlich auch recht kurz wird lade ich dann aber erst morgen hoch ok also bis zum nächsten video euer auto fritz nicht vergessen kommentare zu unterlassen kanal zu abonnieren schau schau